Ich bin wieder hier. Direkt wieder hier. Schlutz mal um der Ecke. Links ist einer. Da rennt jemand. Da ist jemand. Der Gang vorne ist auch einer. Mal wieder. Der Link ist weggerannt. Hört sich an wie eine PPSH oder sowas. Aber ich hör das ja eh nie. Geradeaus ist wieder einer, ja? Oh, jemand. Ich bin schon wundert, dass da ist. Einen. Ich werde auf dem einen einen Halschыхlasten. Das geht weg. Ich werde auf dem einen�en Messer sagen. Ich könnte auf dem einen Halschuhl gehen. Ich würde dich nennen zu lassen. Ich würde mich nicht, das nicht zu machen. Ich würde mich nur mal aufzugehen Suggestellen. Ich würde mich einfach mal auf den Halschuhl-Blocken. Links ist wieder einer. Er läuft lieber weg. Ich bin mal hier hinten im Nachbarzimmer, wenn er wieder zurück herankommt. Blödes Kev kann mir auf dem Hals bleiben. Er läuft hier nämlich noch rum. Schieß mal ein bisschen so. Um zu beten. Um zu beten, wird noch keiner von den Meden weggekommen. Geil. Jetzt kommt was. Alter, ich hab ihn. Er hat durch die Kisten geguckt. Er hat durch den Kistenschlitz geguckt. Da war Schicht im Schach. Schicht aus aus meinem Versteck hier. Ey, er hat einen Grund, Alter. Ihr gepanzerten Helm. Da muss man... Bin vorne an den Jacken. Er hat hier so einen Science-Fiction-Helm. Sag doch, wie heißt das? Star Wars. Ja, ein Rüschkratz gegierter... Oh, ABC-gegierter Typ. Ja, super. Der ist richtig... Oh, Alter, war der fett gegiert. Na, ein MP7? Guck mal zu dir. Mhm. Das kann ich mal... Alter, du siehst da krass aus. Echt, ja? Und dazu ein schönes Hemd an. Achtung. Das kann ich nur nachher. Ja, klar. Ich schüttel, ich schüttel. Pogna'n. Das ist ein strenmiges Mist. Läufst du, Benji? Ja. Ich will erst mal gucken, was er hat Schönes. Ja, richtig fett. So, wollen wir weiter? Ja. Wo willst du so lang? Willst du hier durch den Keller oder wollen wir raus? Äh... Ist mir egal. Wieder ein Bauerberg, geil, mit den Knarren. Echt hier hinten? Ich weiß aber nicht, wo wir sind, aber ich hab hier keinen Plan. Aber wenn wir hier rechts rumkommen, dann... Ja, genau. Zum Schiff, oder wie das heißt. Hier oben dreht sich was? Ja. Ja. Hast du? Ja. Von rechts kommen, hm? Da oben ist noch einer. Hast du ihn? Nee. Was? Nein, ich hab keine Munition drin. Er ist tot, er ist tot. Sehr gut, sehr gut. Du hast auf mich geschossen. Ich glaube auch, Alter. Ich glaube auch, Alter. Hab ich das verletzt? Ja, nur ein bisschen. Das ist mein Bein. Ich halte dir mal hier den Deck. Rücken frei. Ah, das bist du. Ach, scheiße. Ach, Alter. Mann. Warte, ich geb dir Heilung. Komm mit. Ich hab, ich hab. Ach so, okay. Mann, da hab ich doch ordentlich im fetten Blut aus dem Wands geschossen. Geht. Nee, ich hab nur 370 Punkte. Ich hab keine. Ach so, du meinst hinten an der Wand. Ja. Ich hätte mit meiner... Gib mir keine automatischen Waffen. Was sag ich dir? Das geht nicht gut. Warte, hier... Hier oben war, glaube ich, noch einer. Ja, schon. Das war ein Reiter. Ah. 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 Ich werde mir den mal angucken. Hm. Den Reiter. Ah, nee. Es war bloß ein läppischer Skeff, Alter. Es sah aber aus wie... wie ein Reiter. Dachte ich erst am Anfang. Aber es ist nichts. War bloß... Aber der hat einen Pilgrim, wenn du möchtest, Benji. Ja. Bist du gerade auf Holz gestopft? Ja, ich. Ja, bin ich. Okay. Wo ist der? Der liegt hier oben rechts, wenn du hochkommst. Die Rampe. Ah, ernsthaft. Okay. Geht's denn da hin? Wollen wir dann... Ich habe das nicht mehr damit. Ins Büro verarbeiten. Davor kämpfen. Ja. Pappelt irgendwas? Was? Mhm. Ich lasse ihn mal. Aber ich feuere mal eine Menke an die Pampa. Wer hat da kann? Und keiner hat sich beschwert, dass eine Nate kommt. Mhm. Ich geh mal hoch gucken. Okay, ich guck mal vor. Ich renne mal rüber. Ja. Ich renne mal rüber. Du hast Licht an? Ich habe Licht an, ja. Ich habe hier was auf Metall, ja? Ich dachte, du bist das auf Metall. Nee. Nee, nee, nee. Das ist ein Scaff, oder? Ja. Und das bist du? Bin ich ja. Na gut, dass du ein Bildkrammer fährst, Alter. Was ist er denn? Ich glaube, da drüben in diesem Raum hier, weißt du? Ja. Hä? Wie man den Raum, wo die Treppe hochgeht? Renst du? Ja, ich bin kurz dran. Ich bin jetzt da, wo die Treppe hochgeht, die Metalltreppe. Wo die Jacken hängen. Ah, okay. Du bist im Office-Bereich, sozusagen. Na, noch unten. Okay, ich glaube, ich habe hier rechts hinter mir was gehört. Rät sich doch irgendwo was. Aber ich komme zu dir, Benji. Ja. Ah, schluss auch. Ich komme. Ich komme. Ich bin das jetzt. Ich komme rein. Stopf auf Holz. Hier latscht irgendwas. Hier raus. Stimmt. Hier hinter der Tür. Hier springt was. Hinter mir an das Scaff, Alter. Warte, lass mich. Na, warte, ich habe mich sehen. Okay. Ich habe ihn nicht erwischt. Ich habe ihn nicht erwischt. Das Scaff. Ich habe schon. Ich habe einen Spieler. Ich habe noch einen Spieler. Warte mal. Warte mal. Brennst du? Ne, ich bin tot. Ach so. Irgendwas habe ich schon nie nachschossen. Warte mal. Geht mal. Ich habe ihn nicht erwischt. Ich bin ein Büch. Oh, no! Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Dann haben sie schon gelootet. Und den Helm brauche ich. Ist das ein Scaff oder was? Komm raus Benji. Können wir gleich nochmal starten. Na klar. Oh, lass auch noch deinen Kollegen rein. Ja, dein Kumpel. Ah ja, stimmt. Du bist nicht im Warteraum. Alex, du bist nicht im Warteraum. So, also meine Mission ist eigentlich schon mal... Ach ja, den Bern und die zwei Jusex. Ich habe drei Spieler auch klar gemacht hier. Und die zwei natürlich nicht. Nur den einen mit der Schrotflinder.